Aber es kann sein, dass wir jetzt dann trotzdem nochmal wieder hier rein müssen. Die Frage ist auch, fungiert das jetzt hier als Bonus-Level, oder? Die, hier geht auch eine Wand, ah ne, Pfeile. Affen. Ja komm, ignorier die einfach. Na, 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 Freundchen. Scheiße. Nein, nein. Okay, aber hier ist Checkpoint. Oh Gott, Alter. Hier gibt es einiges an Bumpa-Fruits, aber nix könnte mir gerade egaler sein als irgendwelche Bumpa-Früchte. Okay, lass den Affenruh, lass den Affenruh. Nein! Dies ist gemein, Mensch. Scheiße, Pfeile. Okay. Rutsch doch halt einfach. Was soll's. Affen. Nein! Oh, was ist das denn für eine Scheiß-Stelle da? Ja, halt ne richtige Scheiß-Stelle. Da musst du halt wirklich mit Speed ankommen. Also vielleicht doch erstmal den Affen wegwirbeln. So viel dazu. Du kannst dich halt bei Crash, wenn du diese Ice-Physics hast, so gut wie gar nicht bewegen. Das ist richtig für den Arsch. Das ist halt Ice-Physics in 3D. Warte. Okay, shit, aber für alle Kisten müssen wir hier nochmal wieder rein. Müssen nochmal diesen blöden Todessprung machen über diese Scheiß-Schlucht. Ah. Diesen möchte ich nicht. Aber ich muss. Naja, wenigstens den haben wir aber schon mal abgeknöpft. Das speichere ich auch direkt. So. Oh, nö, ey. Das mit der Schlucht... Ich weiß gerade nicht mal, wie ich das gemacht habe. Ich hab's halt dann halt irgendwie geschafft. Nein, nicht die Zeituhr. Die Kisten lasse ich mal stehen, weil wir ja gleich hier nochmal zurück müssen. Ey, wie hab ich das denn gerade geschafft, ey? Anscheinend so, okay. Okay. Boah, ich wollte gerade sagen, wenn du das eigentlich einmal geschafft hast, dann musst du es auch irgendwie wieder replizieren können. Und es ist gelungen, es zu replizieren. So, die Leben gibt's hier nicht nochmal. Ja, aber warte mal, dann ist der Pfad doch komplett unnötig. Oh Gott. Ja, ja, ja. Bleib da schön drauf stehen, Kollege Schnellschuh. So, hier muss ich jetzt wieder vorsichtig sein. Mit dem, was ich tue. Ich hab zwar mal einen Akku, Akku, aber... Ja, jetzt versenkt euch im Boden. Piss dich. Oh nein! Oh, wie dumm bin ich denn, ey? Oh Gott, Alter. Ja, manchmal möchte ich mir selber ins Gesicht punchen. Und manchmal mach ich das sogar. So. Gott. Ich hoffe, ich krieg hier auch alle Kisten. Ich weiß halt wirklich nicht mehr, wie viele mir da am Ende gefehlt hatten. So. Das war gerade ein sehr gewagter Sprung, aber es hat Gott sei Dank geklappt. Wie man gesehen hat. Aber weg mit dir. Ja, lass ihn erstmal sein Programm abziehen, dass die Nicos verschwinden. so äh, ich wollte gerade sagen, weg mit mir okay boing so, den können wir jetzt gekonnt ignorieren ja genau, ihn erstmal wieder sein Nitro-Ding machen lassen so, du Wichser so, Autostrawler-Fahrt, juhu nein, ich hab eine Wumpa verpasst fick dich mein armer Akku, Akku Sauerei so, hier müssen wir logischerweise nochmal rein oh ja, uns fehlen einige Kästen noch ich hoffe wirklich, wir kriegen alle ich dachte mir oh Gott für den, äh, extra Wumpa-Fahrt so die noch nicht explodieren lassen, wegen dem Leben so, jetzt können wir hier haben wir alles ich kann mir kaum vorstellen, dass da noch so viele Kisten kommen ja, obwohl, wenn ich das da hinten so sehe nein ich hab gerade nein gesagt und ich dachte, jetzt geht die Tür zu so, kleiner Affe nein, 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 nein ja, 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 ja so, ihr Kleinen Itza jetzt bin ich gespannt oder auch nicht fuck, wo fang ich wieder an muss ich das nochmal machen? nee, okay sicher? ich hoffe doch das Leben, was ich verloren habe, finde ich jetzt nicht so wild ja komm, geh auf ja, weg, lieber weg, scheiß drauf auch wenn die Wumpa-Früchte mir viel bedeuten so es fehlen vier Kisten wo zur Hölle sollen diese vier Kisten sein? ich hab keine Ahnung okay, gut, lassen wir das erstmal dann hängen die irgendwo in der Luft versteckt oder so hä? scheiße, ey das war quasi dann umsonst mehr oder weniger ach, naja, sei's drum okay gone tomorrow let's go gone tomorrow oh shit das war gerade wieder das Problem dass du manchmal diese Tiefe bei Crash nicht einschätzen kannst so schade, dass ich den hier nicht auch erwischt habe direkt äh ich kann mich zwar erinnern, aber okay jetzt weiß ich's auch wieder also ich wollte sagen, ich kann mich an die Dinger zwar erinnern aber ich weiß nicht mehr, wie man die besiegt hat oder ob man die besiegt konnte das ist es, was ich sagen wollte na, passt und bumm warum auch immer die dann sich denken Selbstverstörung aktivieren hä? ah ja okay, warte jetzt na toll da musst du gleich wieder hierhin zurück glaube ich warte so dieses elendige zurücklaufen immer bei Crash ey so, dann ist da drüben was zum aktivieren wo man genau dran vorbeispringt weil du auch da wieder nicht genau sehen kannst was du tust ich finde tatsächlich, dass das bei Crash ein Problem ist dass du halt oft nicht so richtig einschätzt meine Güte mach doch jetzt die Piste kaputt dass du manchmal nicht so richtig einschätzen kannst wo du dich befindest so, das Spiel kennen wir ja jetzt hier schon ich überlege gerade, ob ich die erste versuche wieso denn, Alter oh, Mann ich probiere es natürlich weiterhin oh, wenn ich mich aufrege meine Güte man springt da so hä ich raff den Sprung nicht du siehst es halt aus diesen Dreckswinkeln nicht wirklich jetzt nur nicht ungeduldig und aggro werden weil das ist richtig dumm und da gibt es auch momentan noch keinen Grund für aber auch hier also ich finde die Tiefe kann man bei Crash manchmal echt gar nicht einschätzen ach, warte mal ich bin dumm um das Kind mal beim Namen zu nennen ja nun, was soll ich sagen daran habe ich nichts gedacht ups aber die da oben fehlt noch warte mal na, hier hängt ja nichts verstecktes ok aber da muss ich die Kiste eventuell auch noch stehen lassen warte mal oder hätte ich die auch irgendwie anders aktivieren können hier oben ich mach die mal sicherheitshalber erstmal kaputt egal ich hoffe dass man da notfalls irgendwie drankommt ich glaube aber schon mit Rutschsprung und so sollte das glaube ich gehen ja komm lass uns leben egal aber eigentlich kommt man doch dahin nicht zurück oder doch warte mal ich mach mal eben das hier das probiere ich jetzt aus würde man theoretisch zurückkommen ne gab es dann da noch einen anderen Schalter wo man das oh scheiße ich wollte den töten und hab dann auf jeden Fall gibt es da noch einen anderen Schalter den ich vielleicht noch nicht gesehen hab oder so oh hatte ich einfach mal Bock zu das ist da drunter sind oh nein oh ja ja weg einfach weg da drunter sind auch Kisten zum aktivieren so Bonus Stage geht dasselbe Spiel in grün warte ich denke mal der soll das da drunter aktivieren ich meine dafür haben wir ja jetzt die Olle Bazooka da kann man auch mal sowas tun oh das war vielleicht sehr dumm mir fällt gerade ein in dem Level gerade vielleicht wäre das auch so also vielleicht war das auch so dass ich die TNTs da so hätte zerstören müssen oder so теперь ich habe이 also die TNTs da die TNTs da